Einige Herausforderungen und offene Fragen gibt es da also noch und dazu begrüße ich jetzt Innenminister Gerhard Kahneilen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Minister, mehr Tempo fordern Hilfsorganisationen, aber auch teilweise die Opposition. Der neue Flüchtlingskoordinator Michael Takac hat vorher in der Sendung Bürgeranwalt erneut davon gesprochen, dass man in Österreich etwa mit 200.000 Flüchtlingen aus der Ukraine rechnet. Gibt es für Sie alle ein Bett, ein Dach über den Kopf? Wenn man diese Bilder sieht, die Sie auch heute gezeigt haben in der Zeit im Bild 1 von Mariupol, dann sind das solche furchtbaren Bilder von Toten in den Straßen, von sterbenden Kindern in den Krankenhäusern. Dann müssen wir alles Menschenmögliche tun, damit wir diesen Menschen auch helfen können und wir werden das tun. Wir unternehmen alle Anstrengungen, die diesen Menschen auch Unterkunft gewähren und da bin ich allen sehr, sehr dankbar. Der Caritas, der Diakonie, der Volkshilfe, der Roter Kreuz, Samariterbund. Es gibt unglaublich viele Hilfsorganisationen, die hier mit dabei sind, die hier zusammenhelfen, damit wir diesen Menschen, die hier vor Bomben fliehen, die vertrieben werden aus ihrem Land, Frauen mit ihren Kindern, Sie haben eine Betroffene gehört, damit wir diesen auch Unterkunft geben. Da ist noch viel Arbeit zu tun und wir tun alles Menschenmögliche, um diesen Menschen zu helfen. Sie sagen selber, da ist noch sehr viel zu tun, aber sind Sie auch zuversichtlich, dass wir, dass Österreich diese Zahl von 200.000 Flüchtlingen, man weiß ja auch nicht, ob es vielleicht noch mehr werden, dass man die in Österreich auch adäquat unterbringen und versorgen kann? Ich verstehe zum Teil diese Ungeduld, die von manchen hier auch artikuliert wird, zu Recht auch artikuliert wird, weil es darum geht, letztendlich sind viele Private, die hier Unterkunft gemeldet haben. Und die sind natürlich noch nicht alle auch belegt. Gott sei Dank sind sie noch nicht alle belegt, weil wir auch noch viel Platz brauchen werden. Und daher werden wir diese Menschen auch kontaktieren. Die haben sich vor zwei Wochen gemeldet, haben noch niemanden, dem sie Unterschlupf gewähren können. Hier ist es notwendig, auch entsprechend nachzuarbeiten. Gemeinsam mit den Hilfsorganisationen tun wir das. Enorme Anstrengungen sind hier notwendig. Und so viele helfen hiermit, die Länder, die Gemeinden, viele Vereine, die auch privat Dinge organisieren, Hilfslieferungen nach Ukraine bringen, nach Rumänien bringen, Republik Moldau bringen. Unglaublich, was es hier geleistet wird. Bleiben wir aber da bei der Situation in Österreich, wenn wir an 2015 zurückdenken. Da haben wir alle noch die Bilder im Kopf von Flüchtlingen, die in Zelten auf den Grundstücken von Quartieren übernachten mussten, weil es eben nicht genug Betten gab, weil man sich nicht darauf vorbereitet hat. Diese Situation gilt es doch jetzt sicherlich zu verhindern. Also ist Österreich darauf vorbereitet, wenn so viele Menschen aus der Ukraine kommen? Wir tun alles Menschenmögliche, um auf diese Situation vorbereitet zu sein, die hier auf uns zukommt. Und wir müssen damit rechnen, und die Zahlen sind genannt worden, dass hier mehr Vertriebene auch nach Österreich kommen. Weil unsere Nachbarländer auch bisher schon sehr viel geleistet haben. Wenn ich denke an Polen, wenn ich denke an die Republik Moldau, wenn ich denke an Rumänien und beispielsweise Moldau, so wird in den nächsten Tagen, wird es erste Flugevakuierungen auch aus Moldau geben, nach Österreich. Und die werden auch bei uns untergebracht. Sprechen wir gleich über diese Flugevakuierungen. 2000 Flüchtlinge sollen da aus Moldau nach Österreich gebracht werden. Wann sollen die konkret ankommen und soll es darüber hinaus noch weitere Flüge geben? In den nächsten Tagen wird das passieren, wo die ersten Flüge nach Österreich durchgeführt werden. Ich bitte hier um Verständnis, dass wir die genauen Zeiten hier nicht bekannt geben. Die Menschen werden dann auch entsprechend untergebracht. Das sind besonders, das sind Kinder, Waisenkinder, kranke Menschen, vulnerable Gruppen, wie man das sagt. Und diesen Menschen wollen wir helfen, werden wir helfen und die ersten Flüge werden in den nächsten Tagen hier stattfinden nach Österreich. Wie viele Flüge sollen folgen? Es sind 2000 angekündigt und die werden wir übernehmen. Das ist von der Europäischen Kommission ein Projekt, wo wir hier auch unseren Beitrag leisten. Und 2000 werden hier nach Österreich gebracht werden. Kommen wir wieder nach Österreich, weil es geht ja dann auch darum, wie die Menschen aus der Ukraine hier in Österreich versorgt werden. Werden die Flüchtlinge in Österreich nach einem Schlüssel in den Bundesländern verteilt werden? Also ich kann nur sagen, es bemühen sich in dieser Phase, gerade wenn wir diese Bilder sehen, die ich zu Beginn angesprochen habe. Weil alle, die Organisationen, die Länder, die Gemeinden versuchen bestmöglich und möglichst viele Quartiere auch aufzustellen. Der Flüchtlingskoordinator hat es gesagt, er ist intensiv damit beschäftigt, mit den Ländern, mit den Gemeinden hier sich abzustimmen und möglichst viele Quartiere auch bereitzustellen. Und es geht nicht um Quoten, es geht um Menschen, um Frauen und Kindern, denen wir helfen wollen und helfen müssen. Nun derzeit sehen wir, dass besonders in Wien sehr, sehr viele Flüchtlinge ankommen, dort auch registriert werden. Wie wird es dann weiter funktionieren? Wird es ihr nicht auf kurz oder lang dann eine Verteilung in Österreich brauchen, damit es eben von den Bundesländern gleichermaßen getragen werden kann? Das wird ja auch jetzt schon gemacht. Natürlich kommen in Wien sehr viele derzeit an, weil hier der Hauptbahnhof auch ist, weil die viele mit dem Zug auch kommen. Oder der Großteil mit dem Zug kommt. Viele davon reisen weiter. Der Großteil davon reist weiter in andere europäische Länder. Es sind 80 bis 85 Prozent. Und ein anderer Teil bleibt da. Und ein großer Teil wird natürlich auch in die Bundesländer auch verlegt, sozusagen. Sie werden hier mit Bussen und Ähnlichem hier aufgeteilt, damit es hier auch entsprechende Aufteilung gibt in kleineren Einheiten. Aber man muss auch mit großen Quartieren rechnen. Auch die werden wir benötigen. Die Diakonie hat heute Abend einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, in dem sie unter anderem eine Reform der Grundversorgung fordert. Die ukrainische Flüchtlinge derzeit bekommen in Österreich Personen, die arbeiten und mehr als 110 Euro in dieser Grundversorgung dann verdienen, verlieren derzeit die Grundversorgung. So ist es geregelt und müssen auch aus dem Quartier der Grundversorgung ausziehen. Wird es hier eine Reform der Grundversorgung geben? Also wir haben seit einigen Tagen eine neue Regelung, die auf europäischer Ebene eingeführt wurde. Nämlich die Richtlinie temporärer Schutz, das heißt vorübergehender Schutz für jene Vertriebene, die aus diesem Gebiet kommen, die fliehen müssen vor Bomben und Granaten. Und diese Regelung wird jetzt umgesetzt. Diese Menschen haben Zugang zum Arbeitsmarkt, sind krankenversichert und wir tun alles, damit sie auch entsprechend hier die Kinderbetreuung sichergestellt ist. Hier ist eine Herkulesaufgabe zu tun, hier braucht es einen sehr, sehr langen Atem und wir tun alles, damit wir das Bestmögliche organisieren. Doch genau da fordert ja eben die Diakonie zum Beispiel noch eine weitere Präzisierung, weil ukrainische Flüchtlinge, die derzeit in der Grundversorgung sind, dann aber arbeiten gehen, verlieren diese Grundversorgung. Ist ja eine Reform angeplant. Sie verlieren nicht die Grundversorgung, je nachdem, was sie auch, die Arbeit, der sie nachgehen, was sie da auch verdienen. Ja, wenn sie mehr als 110 Euro verdienen. Nein, das ist nicht so. Das wird auch entsprechend angepasst und das ist auch in Vorbereitung. Also wird es ja offenbar doch eine Änderung geben. Nein, das ist in Vorbereitung. Das ist der Zugang zum Arbeitsmarkt und die Verdienstgrenzen und das wird jetzt auch entsprechend vorbereitet. Jetzt geht es darum, dass wir diesen Menschen, die nach Österreich kommen, Sicherheit und Hoffnung geben. Dass wir ihnen einen Platz zum Schlafen geben, dass sie unterkommen, dass die Gesundheitsversorgung stimmt. Und der nächste Schritt ist natürlich auch der Zugang zum Arbeitsmarkt. Der nächste Schritt ist natürlich auch, dass die Kinder entsprechend betreut werden. In den Kindergärten, in den Schulen, gemeinsam mit den Ländern, mit den Gemeinden müssen wir hier Platz schaffen. Da ist viel zu tun. Das ist eine Herkulesaufgabe, ein Marathon, wie Michael Landau das gesagt hat. Und hier müssen wir alle an einem Strang ziehen, damit wir diesen Menschen auch helfen. An welche Zuverdienstgrenze, weil Sie sie angesprochen haben, denken Sie da? Das sind Details, die jetzt in Ausarbeitung sind. Faktum ist, diese Menschen haben einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Gott sei Dank. Das hat diese Richtlinie auch ermöglicht. Und die Details werden jetzt bei den Ministerien hier abgestimmt. Noch eine weitere Frage, weil das wird ja dann auch viele Flüchtlinge betreffen, die eben dann arbeiten gehen wollen. Welche konkreten Integrationsmaßnahmen sind denn darüber hinaus noch geplant jetzt? Also wie gesagt, der erste Schritt ist jetzt der wichtigste, diesen Menschen Sicherheit und Hoffnung zu geben, dass sie hier eine sichere Bleibe haben. Sie sind auch traumatisiert zum Teil. Hier müssen wir sie unterstützen in der Gesundheitsversorgung. Und dann geht es auf den Arbeitsmarkt. Und hier muss es auch Perspektiven geben. Das ist richtig, das, was Sie angesprochen haben. Und hier werden wir sie natürlich in der Sprache auch entsprechend. AMS hat hier Vorbereitungskurse. Das sind alles Dinge, die jetzt in Vorbereitung sind und auch konsequent umgesetzt werden. Also noch einige Fragen, die hier zu klären sind. Schauen wir noch kurz auf die... Selbstverständlich. Aber wichtig ist, dass jetzt die Menschen eine sichere Heimat bekommen. Sicherheit und Hoffnung bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig für diese Menschen. Ich möchte auch noch kurz auf die europäische Ebene mit Ihnen schauen. Denn auch da gibt es immer wieder Abstimmungsbedarf, wenn es um Flüchtlinge geht. Ist es aus Ihrer Sicht eine Überlegung wert oder sollte man darüber nachdenken, wie man auch in Zukunft europaweit mit der Verteilung von Flüchtlingen umgeht? Derzeit tragen ja eben vor allem die Länder Ungarn, Polen eine sehr, sehr große Last bei der Versorgung der Flüchtlinge. Wie wird das in Zukunft weitergehen? Also wenn Sie ansprechen das Thema Quoten, das ist ja oft in der Diskussion, das halte ich für nicht richtig in dieser Phase. Wir reden von Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und wir müssen bestmöglich auf diese Flüchtlingswelle, die es gibt, die Vertriebenen, die unterwegs sind, uns vorbereiten. Wir müssen hier Plätze schaffen. Und das geht letztendlich auch europaweit, ist das auch entsprechend zu koordinieren. Und das passiert ja auch, wenn ich denke daran, dass aus der Republik Moldau jetzt besonders vulnerable Gruppen hier in andere Länder gebracht werden. So übernimmt Österreich 2.000, die Bundesrepublik Deutschland 2.500 und andere Länder werden auch hier ihren Beitrag leisten. Das ist wichtig, das jetzt zu tun und auch entsprechende Akzente zu setzen. Ist es aber nicht gerade bei der Unterstützung von eben den von mir angesprochenen Ländern hier dann nur ein sehr, sehr kleiner Teil, wenn Österreich diese 2.000 Flüchtlinge aufnimmt? Muss man hier nicht schon viel weiter denken? Es sind ja viele, die sich auch auf den Weg gemacht haben und die bereits hier sind und denen wir hier auch entsprechend Unterkunft geben. Aber es geht ja darum, dass wir mit einer Flugevakuierung besonders vulnerable Gruppen aus diesen Ländern auch unterstützen. Gerade die Republik Moldau ist ein besonders armes Land und die bedarf unserer besonderen Unterstützung. Das Thema wird uns jedenfalls auch noch in Zukunft weiter begleiten. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank.